Hallo, mein Name ist Stefan Thienl. Auf Bitten der Modellwerftreaktion möchte ich mich heute auch mal ein bisschen vorstellen. Ich baue seit über 30 Jahren ferngestaurte Schiffsmodelle, in letzter Zeit nur noch Schlepper. Naja, wo wäre es auch besser, diesen Film aufzunehmen, als in meiner Lieblingsräderei in Genua, hier in Italien. Im Hintergrund sieht man die orangen Schlepper der Räderei. Seit den 30 Jahren, die ich das jetzt mache, habe ich schon ganz viele Modelle gebaut. Da sind Plutzenboote dabei, da sind Schiffe von der Wasserschutzpolizei dabei, da sind Vermessungsboote dabei. Und seit ungefähr der Jahrtausendwende bin ich dann über die Hafenschlepper gestolpert. Ich habe inzwischen auch schon ein Buch geschrieben. Im Moment bin ich wieder dabei, was von dieser Räderei zu bauen. Ich bin gerade auf dem Original und grüße alle Leser und alle Autoren und natürlich auch das ganze Team der Modellwerft hier aus dem sonnigen Italien. Und hoffe, dass wir noch viel in der Zeitung über unser tolles Hobby lesen werden. So, viele Grüße, bis dahin. So, viele Grüße, bis dahin.